hallo schön leute und herzlich willkommen jetzt zu dem dritten video 3 ja auch von der base auf hot und ja jetzt ist halt schon geschehen alles vorbei jetzt können wir alle feiern wie auch sehen könnt alle mit dahinter hoch ja dann seht ihr hier den athi der ein bisschen brennt da ein bisschen da auf dem po auch ein bisschen ja dann wird auch noch am kopf da überall rente noch hier oben feiert gerade endlich ein walker weil er eine wie im fünften teil hat blut doch auch von der bombe da reingeschmissen und da das hat jetzt einigen auch gemacht ja ich jetzt auch dann seht ihr ja überall feiern welche die meisten tote waren des wampers ist auch zerstört worden die brücke leider auch der ist jetzt hingefallen ja deshalb vom stehen nach unten als so gefallen auf das wieder noch von annyken ist aber jetzt egal dann fallen auch alle ja ja hier fallen auf alle der scharfschütze auch also die schlacht ist jetzt gewonnen wirklich weil es war auch anstrengend eigentlich für so wenig leute sein ding zu zerstören ja dann sagen wir mal das war es jetzt mit dem mok den ganzen mok dann fange ich mit dem großen projekt an ja wenn ich dieses video gefallen hat gibt einen daumen nach oben und abonniert den kanal und dann sagen wir mal bis zum nächsten mal bei